Und schmeckt dir der Spargel? Sehr gut. Was mir am besten ist mit Kartoffeln und so laufender Futter. Außen wachsen dort. Spargel, Kartoffeln und Rind. Wir haben das Bier gesehen. So leicht durchbühren muss, dann ist er gut. Wir sind jetzt bei der Küche im Gasthaus Stief. Wir schauen heute an, wie man Spargel richtig kocht. Und das zeigt uns die Martha Stief. Und da ist auch schon der Spargel im Topf mit Kartoffeln. Und daneben noch die Spargelsuppe. Alles, was man für ein gutes Essen braucht. An Sonntag kommen schon so zwischen 300 und 400 Leute. Die werden alle wunderbar zufrieden nach Hause gehen, weil ihr habt ganz viele verschiedene Sorten Spargel. Wir hoffen, dass die Gäste zufrieden unser Haus verlassen. Und ich denke schon, dass es so ist, weil wir sehr viele Stammkundschaft haben, die jedes Jahr wiederkommen und sagen, wir freuen uns von Jahr zu Jahr auf die nächste Saison. Das ist dann schon fertig portioniert, dass man dann gleich für den Teller die richtige Anzahl von Spargel hat. Dass das rätzwertz geht. Wir befinden uns also hier beim Stimmelwirt, im Karsthoff Stief. Der Schimmelwirt deswegen, weil der Opa hatte bis vor ein paar Jahren noch einen Schimmel. Der hat das Gnadenbrot hier bekommen. Und der Name kommt also schon von früher. Weil die Bauern hier, wenn sie zum Markt gefahren sind mit dem Pferdl, sind sie dann hier eingekehrt. Haben den Wagen abgestellt, das Pferdl ins Stall rein. Und dann haben sie dann eine Frotzeit und ein Maß Bier oder vielleicht mehrere Massen gekauft. Und sind dann später wieder heimgefahren. Das Pferd hat es selber heimgefunden. Wir leben in einer anderen Zeit. Heute kommen die Autofahrer oder Radlfahrer oder Motorradlfahrer. Ganz gleich weg. Einfach Leute. Ein besonderes Erlebnis sind unsere beiden Bernadiner. Die sind der Hörbe und Mozart heißen beide. Die werden natürlich gerne besichtigt. Der Hörbe hat 110 Kilo und der Mozart hat 85 Kilo. Und natürlich sind wir bekannt hier wegen der guten Küche seit über 100 Jahren. Und seit dem Schopenhausen eben so groß im Spargel eingestiegen ist, ist der Stief hier und der Schimmelwirt eigentlich durch den Opa die führende Gaststätte für Spargel. Vp ... Vp ... Und nach dem Schleifen schon mal die oatmeal ... Vp ... Uff ... Vielen Dank.